Leute, legt euch frische Unterwäsche bereit. So, eine tanzende Begrüßung. Hey Leute, willkommen. Oder was? Ein Kind, seine Mama, sein Papa. Vielleicht sind wir die Mama, weil wir klingen so weiblich. Dann haben wir hier einen Schrank mit einem Knife. Alter, bestimmt ein CISCO gek... Geheuche, dein Meister. Okay, perfekt. Jetzt müssen wir nur noch rein. So, perfekt. Perfekt. Hey, du musst da oben drauf bleiben, Mann. Finde ich das Spiel richtig? Klicke auf das Fragezeichen und wähle Gameplay danach. Klickst du auf Video starten. Auf das Fragezeichen? Ich seh hier kein Fragezeichen. Ähm. Ich soll aufgeben, Digger? Ich soll aufgeben? Hast du das gesagt? Hast du gesagt, ich soll aufgeben? Nicht mit mir. Ich bin Remisterio. Alter, ich bin richtig Remisterio. Sogar der Anatec hätte keine Chance gegen mich. Oh, das ist ja Seide. Und die Haare? Oh, haha, Entschuldigung. Die Haare. Ah! Geht mir ja die Haare. Ah! Alter, Angriff der Bumsebietchen hat ein Like. Zwei Likes. Oh, die Views, die Abos steigen. Alter. Erfolgreichster YouTuber der Welt. Sofort. Das Spiel beginnt. Alter. Yeah! Hallo? Alter, ist das Dead Adam? Aber mir ist so warm, ne? Leute, da kommt wieder mein süßes, pinkel Sanctu. Da wollte einfach nichts aus dem Weg gehen. Und jetzt müssen Sie... Ich mach das einfach so. Ich hatte keine Wahl. Klar. Wir müssen hier weg. Ist das hübsch? Das ist kein anderer Weg. Kommt die Mutter wieder. Jetzt rastet die wieder aus. Alter. Schlimmer als Mert Matans Vater. Ganz schlimm hier. Alter! Das ist ja fast so hässlich wie... Wie ich. Warte, warte. Ich mach Ablenkung. Ablenkung. Bin nur einer, der ein Buch liest. Ich bin Intellekt. Ich weiß gar nicht, ne? Ich kann gar nicht unterscheiden. Welche ist jetzt die echte Flasche? Das krasseste Knife ever. Ne? Ist ja Kontrastricke. Dann müssen wir auch hoffentlich ein nice... Hoffentlich hab ich mir ein gutes Knife gezogen. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Hashtag 1. Ich dachte, wie das Video ankommt, ne? Bock. Ich hasse es, ne? Musik von der Spieluhr. Junge! Wie geht's der Peter Schwubzi? Wir haben heute Nacht eine Party. Ich bin sicher, du brauchst... Ja, ich hab keinen Bock auf Party. Sorry, Mann. Unsere Freundschaft ist vorbei. Was bist du für ein Freund? Weil ich keinen Bock habe, mitzukommen auf eine scheiß Party, sagt er. Unsere Freundschaft ist vorbei. Alter, so jemanden braucht man doch auch nicht, oder? Hallo Zukunftspaskal, der gerade aufnimmt. Ah, nein! Ich nehme nicht in der Zukunft auf. Ich schneide gerade das Video, du Bastard. Und außerdem nimmt Zukunftspaskal nicht auf. Er rendert und schneidet die Folge gerade. Hab ich ja gesagt. Hallo Leute, schneide. Alter. Hat das gerade die Tür kaputt gebrochen? DHL-Mann, du bist aber Kräfte. Der muss ja auch Pakete schleppen, ne? Es ist soweit 10.000 Abonnenten. Wir haben 10 verdammte 1000 Abonnenten erreicht in dem Spiel. Leute, wir haben 10.000 Subs, Alter. Äh, wie geil ist dat denn? Oh, da freut mein Herz. Da freu ich mich ja richtig, ne? Da freu ich mich ja richtig. Ich bin extra so gemacht, ja? Ich bin keine Zecke. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Mit der kämpfen kann. Ich bin ein Kampfschmetterling. Das Schmetter, ein Schmetterling steht für zerschmettern. Er ist tot. Ihr habt die Apparation. Ihr habt die Apparation versaut. Darauf erstmal einen Schluck Eistee, Alter. Reddy faulig bist du's? Ich bin dein Vater. Ups, Entschuldigung. Falsche Wohnung. Ich sehe, du hast einiges an Zeug hier. Wirst du mir Mario-Regal überlassen, damit ich das meinem Sohn geben kann? Nein? Hä? Klingelt einfach. Steht dir vor, da kommt einer bei euch. Er klingelt einfach. Sagen sie, könnte ich vielleicht ihren Fernseher für meinen Sohn haben? Dann sagst du so, nein, bist du dumm oder so? Und dann guckt er dich an. Kein Ding. Mein Sohn hätte den eh weggeworfen. Nein! Er hat mich geküsst. Er liebt mich. Warum umarmt die mich? Was habe ich getan? Sehr gut, du hast diese Woche eine Menge gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hey, du bist mal zur Schule gegangen. Geiler Typ. Interesse 0%. Alter. Hey, Hanna, heute habe ich ein Video hochgeladen. Alter, Vater. Oh, alter, Vater. Ich habe den Andreas Elfers Gedenkstrand gebaut. Das war lustig, Mann. Da geht die Hanna ab. Ich schätze sie einfach an meinen Computer. Sie hat meinen Computer kaputt gemacht. Ich glaube, ihr gefällt das Video nicht. Ich wollte sagen, wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Wir haben schon 3400 Zops. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Und ciao. Wenn ihr mehr sehen wollt, Kommentar und Like. Damit supportet ihr mich. Bitte supportet mich. Das war die Folge Mr. More Games Highlights. Oder die allererste Folge sogar. Ich probiere sowas vielleicht einmal die Woche zu schaffen. Das wäre schön. Ich kann aber auch und möchte auch nichts versprechen. Aber ich werde im Monat auf jeden Fall ein, zweimal bestimmt immer mal eine Folge Mr. More Games Highlights rauskloppen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über Feedback freuen. Eine Bewertung und wir sehen uns bei einem anderen Highlight oder Video wieder. Bis dann und ciao. Hör mal Schnecke, ich hab dich schon schön getrunken. Es gibt mir doch gleich mal ein Schmatz euch hin. Küssen, küssen, küssen. Die haben sich geküsst. Oh, wie süß. Ne, fahrt nach einer Beziehung, Alter. Du, hör mal Schnecke. Wie wär's mit uns beiden so? Ich hab dich doch auch Cóyse. E... Ich hab dich doch auch einen geregelt. Ioan noch kein klix. Ich hab dich ja was, wefall dich指. Ich hab dich doch ehrlich gesagt aus.